Wenn ich tanze, bin ich immer cool. Ich mag Toni wirklich und möchte es nicht verhauen. Die passen einfach richtig gut zusammen. Hey Toni! Ich will nur mit Toni tanzen. Wird Yannick Toni seine Liebe gestehen? Erfahre mehr in drei Tagen. Die zweite Staffel Spotlight ab Samstag, 20.10 Uhr. Nur bei Nik.